Sky Sensor Prank Erstmal ein paar Melonen kaufen gehen Jetzt wo Flo weg ist, können wir den Prank aufbauen Dazu heben wir erstmal vorsichtig ein Loch aus Schaffen einen kleinen Raum Platzieren dann Loren, TNT und einen Sky Sensor Das Ganze verschließen wir und warten nun auf Flo Da ist er ja! Hilfe! Weiter aus! Yeah, das hat ja super geklappt Das kriegst du zurück